E-Scooter fahren macht schon wirklich Spaß. Aber was wirklich Spaß macht, ist Offroad-E-Scooter fahren. Ja, es gibt sogenannte Offroad-E-Scooter, welche nicht nur mit einer außerordentlich starken Leistung und Batteriereichweite, sondern vor allem mit extra großen Rädern, einer starken Federung und vielen Extras kommen. Drei starke Offroad-E-Scooter von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch in diesem Video vorstellen. Da sollte also was Passendes für jeden dabei sein, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran heute, um alle drei Modelle mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen. Und bevor es richtig losgeht, auch nochmal der Hinweis, alle drei E-Scooter sind nochmal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr also noch mehr zu einem der Modelle erfahren oder einen der E-Scooter zu euch nach Hause bestellen wollt, könnt ihr das dort über diese Links tun. Lasst uns nun aber gleich mit dem ersten und auch günstigsten Offroad-E-Scooter der Einsteigerklasse starten. Herausgesucht haben wir hier für euch den UR Beta G2 Max. Dieser Hochleistungs-E-Scooter kommt mit einem kraftvollen 1000 Watt Motor. Angetrieben wird das Modell von einer hochwertigen 48 Volt 20 Ampere Stunden Batterie, wodurch das Gerät auf Höchstgeschwindigkeiten bis 55 kmh kommen kann und auch Reichweiten bis zu 80 km bewerkstelligt. Zudem kann das Modell durch die erhöhte Leistung Steigungen bis 30% bewerkstelligen und ist für den Transport trotzdem noch faltbar. Überzeugend tut dieses Modell neben der erhöhten Leistung vor allem noch durch die Ausstattung. Allen voran sind da die großen und besonders breiten 10 Zoll Luftreifen zu erwähnen. Mit diesem und dem Stoßfederdämpfsystem, welches am Vorder- und auch Hinterrad befestigt ist, lassen sich auch holprige Geländefahrten mit dem Modell bewerkstelligen. Dabei besitzt es einen sehr stabilen Aufbau aus Luftfahrtaluminium. Der Scooter an sich ist mit 31 kg trotzdem relativ schwer. Dafür sorgt natürlich der große Motor und auch die größere Batterie. Belastbarkeiten kann er bis 120 kg aushalten und überzeugt neben seiner starken Leistung, der Offroad-Fähigkeit und hochwertigen Verarbeitung noch durch eine starke Beleuchtung mit insgesamt sechs LED-Leuchten an der Vorderseite, Rückseite und vorne und hinten an den Seiten, sowie auch einen intelligenten Bordcomputer. Dieser zeigt Echtzeitdaten an, wie beispielsweise die Fahrtstrecke, Fahrtgeschwindigkeit, den Batteriestand oder auch eingestellten Gang. Wer also auf der Suche nach einem leistungsstarkem Offroad-Scooter ist und dabei vor allem nicht so viel Geld ausgeben möchte, ist mit dem G2 Max richtig gut aufgehoben. Aktuell ist hier sogar ein 50 Euro Rabattgutschein erhältlich. Schaut also mal über den ersten Link in der Beschreibung nach, ob dieser noch verfügbar ist. Oder bleibt auch gerne noch dran, denn zwei weitere Modelle möchten wir euch ja noch vorstellen. Aus der nächsten Preisklasse den Offroad-E-Scooter S311 von Camtob. Hier handelt es sich ebenfalls um einen Hochleistungs-Offroad-E-Scooter, welcher mit noch besseren Werten und einer hochwertigeren Technik kommt. Das Modell ist mit zwei Hochleistungshallmotoren ausgestattet. Es besitzt also einen starken Doppelantrieb, sowohl vorne als auch hinten. Auch verbaut ein 60 Volt 33 Amperestunden Akku und in Kombination mit dem Doppelmotor können hier Höchstgeschwindigkeiten bis 70 kmh erzeugt werden. Steilwinkel bis 45 Grad sind für das Modell kein Problem mehr und der verstärkte Aluminium-Ligierungsrahmen sorgt für eine maximale Stabilität und eine sehr hohe Tragfähigkeit von bis zu 200 Kilogramm. Zudem ist das Modell mit 11 Zoll großen und 3,6 Zoll breiten röhrenlosen Offroad-Polyur-Ethanreifen ausgestattet. Diese sind nicht nur besonders groß, sondern vor allem verschleißfest, sehr rutschfest und explosionsgeschützt. Mit diesen kann man auch komplizierte Straßenbedingungen und Offroad-Bedingungen bewältigen. Für eine Bewältigung von schwierigen Strecken sorgt vor allem auch das doppelte Stoßdämpfer-System. Vorne haben wir umgekehrte hydraulische Langstrecken-Stoßdämpfer der Wettbewerbsklasse. Hinten hat man zwölfstufige hydraulische Stoßdämpfer mit ebenfalls starker Dämpfung, auch bei Hochgeschwindigkeitsstößen im Gelände. Zudem überzeugt das Modell durch ein besonders breites Trittbrett die Klappbarkeit, einen Doppel-LED-Scheinwerfer an der Vorderseite, LED-Licht an der Rückseite und auch an der Seite des Trittbrettes. Zudem ist der Scoopter natürlich auch klappbar und somit relativ leicht zu verstauen und besitzt ebenfalls einen LCD-Bordcomputer. Dieser dient zur Anzeige der Geschwindigkeit, des Kilometerstands, der Leistung und so weiter und fügt sich vom Design auch wunderbar in die sonstige Armatur des Lenkers ein. Der Camtob S311 ist ein absolut verrückter E-Scooter. Wir haben eben gehört, dass er nochmal eine stärkere Motorleistung, eine größere Batterie, eine bessere Federung und auch größere Reifen besitzt und damit noch einmal besser für den Offroad-Bereich geeignet ist, als der zuerst vorgestellte G2 von You're Better. Wenn ihr euch nun zum Camtob Scooter noch weiter informieren wollt, könnt ihr das nur gerne über den zweiten Link in der Beschreibung tun. Dort haben wir euch dieses Hochleistungsmodell auch verlinkt. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, denn hier möchten wir euch ein noch leistungsstärkeres und hochwertigeres Modell vorstellen. Es geht um den Premium Offroad E-Scooter S413 von HWWH. Der Hersteller ist für seine leistungsstarken und großen E-Scooter bekannt. Dieses neueste Modell aus dem Jahr 2023 übertrifft aber nochmal die meisten Modelle, die es so auf dem Markt gibt. Das Modell ist mit einem 8000 Watt Elektromotor ausgestattet. In Kombination mit dem 60 Volt und 43 Ampere Stunden großem Akku, der die beste Kapazität im Vergleich besitzt, können außerordentliche Leistungen erzeugt werden. Der Scooter kann damit ohne Probleme auf über 80 kmh beschleunigt werden und überzeugt zudem auch noch durch eine sehr hohe Reichweite von über 80 Kilometern. Der Rahmen des Modells besteht aus einer verstärkten Aluminiumlegierung und in Kombination mit dem großen Akku und auch starkem Motor wiegt das Modell ganze 54 Kilogramm, kann dafür aber auch Belastbarkeiten bis 200 Kilogramm aushalten. Für die Offroad-Tauglichkeit dieses Modells sorgen zum einen die großen Offroad Alteran Vakuumreifen. Sie haben eine Größe von 14 Zoll, sind extra breit, rutschfest und verschleißarm und besonders für Bergstraßen, Strände oder auch Trümmerstraßen ausgelegt. Zudem hat das Modell vorne eine Doppelhydraulikfederung verbaut und eine mechanische Federung an der Hinterseite. Das zuverlässige EBS-Elektronik-Bremssystem und die Dreifach-LED-Scheinwerfer an der Vorderseite sowie das Bremsrücklicht sorgen für eine erhöhte Sicherheit. Zudem überzeugt das Modell durch ein relativ innovatives Design. Durch dieses kann man das große Modell nicht nur sehr kompakt zusammenfalten, sondern das bietet auch nochmal durch den verstärkten Metallrahmen einen Extraschutz bei Zusammenstößen oder einem Aufprall. Zudem ist dieser E-Scooter mit sämtlicher LED-Beleuchtung ausgestattet, was unserer Meinung nach vielleicht etwas übertrieben ist, aber doch schon ein interessantes Gadget darstellt. Zu guter Letzt möchten wir noch einmal auf das 9 Zoll LCD Smart Display zu sprechen kommen. Dieses ist nicht nur sehr groß und bietet damit einen guten Überblick über die aktuell wichtigsten Fahrdaten, sondern kann einem hier wie gesagt auch ganz schnell alles Wichtige anzeigen. Ein Doppelmotor, eine Doppelaufhängung und eine extrem große Batterie sowie auch die insgesamt stärkste Leistung, die größten Reifen und die meisten Lichter. All das bietet uns der Offroad E-Scooter S4 von HWWH aus dem Jahr 2023. Ein absolutes Premium-Modell also und wer auf der Suche nach genau so einem Modell war, ist hier an der richtigen Stelle. Mehr Infos zum Scooter über den dritten Link in der Beschreibung. Aktuell kann man hier sogar noch einen 5% Rabattcoupon einlösen, also schaut unbedingt mal nach, ob dieser noch aktuell ist. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Kanal, um keine solcher Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank nun für eure Aufmerksamkeit und damit viel Spaß mit eurem neuen Offroad E-Scooter.